Der 100. Jahrestag der Ermordung unserer Namenspatronen ist uns Anlass, das Werk und das Leben dieser Frau einer größeren Öffentlichkeit näher zu bringen. So liegen erstmals bedeutende Teile ihres polnischsprachigen Werkes auf Deutsch vor, die es uns überhaupt erst ermöglichen, die Tiefe dieser Frau zu begreifen. Daneben ist es uns gelungen, die seit 1971 erscheinende Ausgabe mit dem deutschsprachigen Werk Rosa Luxemburgs im vergangenen Jahr abzuschließen. Vom 10. bis 15. Januar werden in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten, Veranstaltungen zu Leben und Werk Rosa Luxemburgs durchgeführt. Damit wollen wir aufzeigen, dass für Rosa Luxemburg die politischen Freiheiten, also die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Grundvoraussetzung für jeden Sozialismus war, der diesen Namen auch verdient. Dieses Motiv wird in unserem Dossier immer wieder anklingen.